In der Weihnachtsleckerei Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept? Der Chef! Dann müssen wir es backen, einfach freier Schlauze. Jetzt schmeiß den Ofen an und ran! In der Weihnachtsleckerei gibt es manche Leckereien. Frischee und Milch macht manche in eine lieben, große Leckereien. In der Weihnachtsleckerei, in der Weihnachtsleckerei. Brauchen wir die Schokolade, Fronischnüsse und Zuckerle und ein bisschen Zimt. Das stimmt! Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren. Und dann kommt das Ei vorbei! In der Weihnachtsleckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Milch und Milch macht manche Leckereien. Eine riesengroße Leckerei in der Weihnachtsleckerei. In der Weihnachtsleckerei, bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Keten. In der Weihnachtsleckerei gibt es manche Leckereien. In der Weihnachtsleckerei gibt es manche Leckereien. Zwischen Milch und Milch macht manche Leckereien. Eine riesengroße Leckerei in der Weihnachtsleckerei. In der Weihnachtsleckerei. In der Weihnachtsleckerei.